hallo welt da werden wir schon wieder angegriffen und sarah du bist auch da hallo ja so halbwegs ich habe keine waffe ja die halten mehr aus die autos weniger und die waffen vor allem auch viel weniger sind die nachts sind stärker hier irgendwie kann ich schneller rennen oder da ist ein langer Weg in der Haus also ich würde das auto nehmen wo ist denn das auto naja jetzt ist es weit weg ja auf der anderen seite des flusses da beim koloss der koloss ist immer noch da eben da kommen wir zu mir bitte ich brauche waffe ja das haus hier haben wir schon durchsucht den schuppen hier haben wir noch nicht den klein schon ja coast looks clear mit viel verspattet Was ist auf deiner Meinung? Lass mich raus, dann kannst du rein. Ich komm nicht rein. Deswegen meine ich ja, lass mich raus, dann kannst du rein. Was ist passiert? Das könnte uns eine große Hilfe sein. Nun, das ist nicht viel. Es ist so lit. Mitnehmen, sagst du? Ach Mann! Bei mir geht immer die Karte auf, neuerdings. Ich beginne die Karte. Long way home. Ich weiß nicht, ob Chuck das schafft. Ob, ob, ob was? Ob Chuck das schafft nach Hause. Warum? Was hat er denn? Ne, 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 ne. Jetzt. Auch noch ein Laufen. Zumindest. Ach, laufen wir im Fluss hier nicht rein. Ja. Hast du zufällig Kaffee gefunden irgendwo? Nein. Nein. Nichts in der Art. Ich bin eigentlich in der Art. Ich bin echt sicher. Ich glaube, das ist nicht so tief. Wir können hier durchlaufen. Ah, das ist nicht so tief. Wir können hier durchlaufen. Okay. Ich bin nicht so tief. Oh Menno, schönes Auto. Ah, das holen wir wieder. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Scheiße, Scheiße! Da ist ein Auto. Eingeschützter Schuppen, ja. Aber ich habe noch nicht alles entdeckt. Legendre, soll ich den holen? Ja. Ja. Traust du mir das zu? Gratisches Traumazin. Oh, doch, da ist ein Stück. Der ist aber auch nicht vollgetankt. Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn? Meine Vögel. Da sind die von den Stangen gefangen. Oh Gott. Und auf einmal... Toll. Haben sie geträumt? Ja, wahrscheinlich. Das kann man nie erlebt. Ja, mehr kann ich nicht entdecken. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir noch. Ich sehe nichts. Schwer zu sagen, ob ich den Wagen hierher holen kann. Ob der uns nach Hause bringt, weiß ich nicht genau. Warum haben wir einen orangenen Kreis um uns herum? Ach so, das ist der Weg, den ich gehen kann. Oder? Keine Ahnung. Nee, da ist noch was anderes orange. Zombie-Bedrohung zu Hause. Ja, komm, war jetzt extrem eh. Ah, ich hole mal den Legendre. Wenn ich nur wüsste, wo wir hier sind. Ich markiere den mal, dann laufen wir da rüber. 180 Meter. Ja, ja. Das kann schon zu viel sein, bei dieser Dunkelheit hier. Was ist denn? Oh, nein! Hört mal auf! Was ist denn das? Was ist denn das? Ich bin total... Oh, okay. Ich muss auf jetzt. Da wird nicht mehr, da. Hör auf, ich sei neu. Neu? Die, die... Zombies da. Neue Zombies. Die, die, die streifende T-Shirts. Ist das vielleicht unser kaputtes Auto, das da ist? Nein. Oh, was ist das gekommen? mal entweder er hat es geschafft aber irgendwer muss der auch mit dem schießen und wie schaut es aus ein bisschen benzin soll mal hier im haus müssen ja vielleicht finde ich einen kaffee aber das hilft auch nichts mit dem kaffee könnte manchmal so die rettung sein schneller Das ist zu viel, Mann. Ach, Schrott. Was für Schrott? Ach, keine Ahnung. Was? Ich brauche dringend so viele Schrauben, wie ich brauche. Nee, das sind keine Schrauben. Finde ich gar nicht. Bei mir sind alle Waffen kaputt irgendwie. Ich finde nur sowas hier. Samen. Was soll das überhaupt bedeuten? Dass ich die ganzen Samen finde. Was wollen die mir damit sagen? Soll ich den Gärtner unter die Gärtner gehen? Ja, das kann ich nicht mehr nehmen. Hier ist ein Beutel, Sprengstoffbündel, Packsack, Munitionsressource. Okay. Dann gib mir den, den du auf dem Rücken hast. Irgendwo habe ich nur eine Ressource nicht gefunden. Bitteschön. Wo denn? Da in dem Raum. Wo? In dem Raum, in dem ich da gerade war. Hier. Okay, mir fehlt noch ein Container. Na, manchmal sind die auch draußen. Ja, hier draußen ist einer. Da ist eine Hütte. Tja. Mannes Wagen. Ich weiß nicht, hier in der Hütte sind noch ganz viele Sachen. Wahrscheinlich auch Waffen oder so. Ja, hier ist schon wieder ein Munitionsbeutel, den ich nicht nehmen kann. Und ganz viele Sachen für dich vor allem da drin. Ja, warte, ich muss mich hier nicht leeren. Ach ja, richtig. Da steht ja ein Auto. Kann ich nicht stapeln. 22er Munition. Oh nein, ich kann nicht stapeln. Spezial-Munition. Let's make this mag count, kiddos. Was macht ihr? So'n Krach da. Wollen sie raus? Keine Ahnung. Treu von Frieden wahrscheinlich. Fuck! Da, jetzt haben sie Baumaterial und jetzt machen sie alles kaputt. Tja, wie immer. So viel Munition. Also ich mach das bei mir dann immer so, dass ich die im Koffer rauben lasse. Sonst machen die nur Blödsinn damit. Das Haus sieht lecker. Let's go. Ich habe tougher Sets than that. No more of that. Komm, Ratsche, wir müssen. Ja. Kennst du den Weg? Nein. Mein Gott, es ist all der Paine Gott, es ist dead. Oh. Oh. Das ist der weitere Weg. Da werden wir mit dem Tank nicht hinkommen, glaube ich. Einmal zurück. Also einmal umkehren. Ja, hier hätten wir einen Außenposten mit Benzinsammlung. Aber... Ich habe keinen Slot frei. Ja, hier ist ein Außenposten, meine ich, von dir. Das ist ein Bullshit in the Nuts. Oh, warte, warte. Ja. Ich dachte, ich bin vielleicht in den Kopf. Ach, das ist eine Orte wieder. Ich dachte, ich bin vielleicht in den Kopf. Das ist eine Orte wieder. Ich dachte, ich bin vielleicht in den Kopf. Das ist eine Orte wieder. Ausgefunden, das ist etwas angeteilt. Waren wir hier gerade, oder? Hm, nein. Komm, schau mal, wir müssen nach Hause. Eine Tüte mit Snacks habe ich. Raus! Bitte. Das ist aber ein Ding. Dass die sich immer so schön in die Tür stellen. Okay, vielleicht ist was im Haustür. Ich muss wieder eine Sack. Ich muss mich noch so schön in die Tür sagen. Ich muss noch ein bisschen wie da sein. Ich muss nur ein Trot haben. nein nur wieder snacks ich zieh mal die nieten hier bist du im haus ja dann komm lieber raus da ist eine horde auf dem weg zum haus die horde ist gleich drin ist das auto auto hier dann fahren wir in der nächsten folge weiter ein Stückchen müssen wir leider weg fahren weil die nächste folge bis wir in der ich war mir zu drehen bitte wir müssen die nächste folge aufgeben wir fahren schon mal ein Stückchen da haben sie sich von mir auf die sammeln so darf man richtig gehen hier rechts und da vorne auch rechts hier nicht hier nicht hier nicht entschuldigung ich dachte wir waren schon weiter gar eine schöne gondel weiter geradeaus und hier rechts ich glaube geradeaus was ist denn da unten überall los steht noch ein auto irgendwo hier schön leise das auto oh gut schade war noch ein auto irgendwo hier war noch ein auto habe ich gerade gesehen ja ja das sind auch jetzt paar zombies 2 4 5 6 ja vagabond komplett aufgeladen was stimmt denn damit nicht warum und da drüben ist noch ein vagabond auch komplett aufgeladen die straße runter soll ich den holen ja homo wenn ich so weit mich entfernen kann von dir vagabond warum warum sind die komplett aufgetankt frage ich mich vielleicht sind das noch alte autos für uns da bin ich wieder und was mit auto nein habe ich noch nicht da sind so viele die mich ärgern hier komisch mit dem auto meine ich ist das komisch da war aber das andere die anderen zwei autos näher als wie da wo du hin rennst jetzt ehrlich ah ne das ist unser auto sorry das stimmt einfach da stand noch ein vagabond das ist neu das auto das stand doch hier sonst nie komplett aufgeladen komplett aufgeladen ist das nur zwei sitze ja weil da muss sie laufen einer muss laufen ich habe das auto kaputt gemacht ich muss laufen in der nächsten folge nur ein stückchen folge mir da ist nämlich noch ein auto kommt war auch nicht so schnell weil irgendwo irgendwo da muss ich wo wir gepackt haben jetzt da noch ein auto was ist denn das hier so ein weißer in unterhose ok habt das auto achso da hinten schafft ihr es oh das hat sogar noch benzin drin das ist vollgetankt hier irgendwas stimmt doch da nicht und hinten sind so viele sachen drin kenne ich gar nicht packung mit nahrhaften snacks warte dann machen wir unser auto hier leer hier ist auch benzin drin hinten ja aber da kommt jetzt eine riesige horde ich äh sollen wir den nicht auftanken da ne warum weil er jetzt mitten im weg steht äh wir preschen durch die zäune da ja bist du soweit ja da müssen wir hin sind ja fast da ja das ist ja schon ein sportplatz oh ein koloss der macht den hab ich angefahren mit die mitte zwei koloss da sitzen da da sitzen das Boah, so viele hier. Ja, dann hätten wir ja zwei neue Autos. Zwei nicht große Koffer und, oh, okay. Und, und, hast du schon geguckt, was hier drin ist, so schönes im Kofferlaum? Ja. Kein Platz für Muniz. Okay. Was ist deinem Mann? Ich bin home und nicht tot. Meine zwei Lieblings. Dann müssen wir Muniz und hier laden. Draußen. Ja gut, dann bedanken wir uns. Ja, für euer Zusehen. Für eure Kommentare. Und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hier. Das war's für heute.